Was? Damit wir uns schön in die Wand klitschen können. Ich bin entspannt, wenn die sowieso rumrennen. Und wenn die Ränder rennen die wahrscheinlich durch die Wand durch. Wahrscheinlich. Wo sind die Pärks? Die Verhutbarkeits-Pärks. Haha, das wär's. Oh, yay, das wird auch lustig. Das ist auch lustig. Man kennt den Zombie-Modus. Der wartet nicht. Der will sich das best... Ich bin Pusher, Pusher, Pusare. Mein Motto ist Pusare. Jaja, du willst nur das beste krallen. Nein, nein, Pusare. Oh mein Gott, ich muss wieder zurück. Warum? Geh mal davor. Da gibt's nix zu Pusare da vorne. Wo? Wo? Boah, diese Gelben sind auch eklig, ne? Mit diesem Gas. Wo? Oooo, somebody! So. Somebody-Mationero! Wo hier bei mir? hier ja 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 so freunde was muss er überhaupt machen die brücke erreichen einfach messern hinten ja genau hat sie hier hoch ich hab bis jetzt nichts ja anscheinend nichts alter weiter hat jemand moni nein ok weiter wo hast du ihn geworfen da ja zmoni hier oben oh oh geschütze er ist deaktiviert mh mh messen Ich sehe einen Creeper. Hat jemand was zum Aufsprengen nicht, gell? Nein. Der Runde. Was ist das? Ja, Kinder! Leute, wohin? Ah ja. Aufbauen. Kann einer was aufbauen? Ich nicht. Irgendwas muss einer aufbauen von euch. Thomas wahrscheinlich. Oh, Granate. Was liegt hier rum? Hm. Boah. Boah. Boah, nicht schießen. Nicht nach unten schießen. Okay, okay. Nur die was kommen. Die einzelnen. Mit Schalldämpfer. Okay, jetzt kommen sie. Oh, okay. Wuh. 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 was los dicker 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 wir sind schon unten gell wer ist tot? was wollen wir für moni thomas? hier wo ich bin ist moni ok thomas zurück ja super ja ok paulo komm hier her geht doch was kann man da nicht durch klettern oder was? ich kann nicht durch da müsste gleich wieder zurück kommen da müsste Zeit ablaufen ne ich komm doch nicht durch ja nein glaub nicht ja ich hatte aber meine waffen wieder ja mach ja 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 guck mal computer kommt nicht mit rein ja militär am start nach evakuierung oder was? Errichte eine Verteidigung Oh Leute Kisten suchen Ab für eine Verteidigung aufbauen Da ist schon aufgebaut Da ist schon aufgebaut Da ist auch schon Hey Money 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 Okay Alle Stattler Noch nicht, ich komm grad runter Ja Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Dicke 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 Boah bei mir auch Ich bin tot 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 Oh Leuchtpistole finden. Wo ist denn hier eine Leuchtpistole? Ich muss mich heilen. Leck mich doch am Arsch. Leuchtpistole. Wo ist denn hier eine? Aufheben. Da oben ist eine. Thomas da oben ist eine, oder? Ja, ich habe sie. Benutze, um den Schwarm zu markieren. Eliminieren da hinten, oder was? Wo? Hä? Schützen? Wo? Hä? Wo siehst du ein Schwarm? Ja, da auf das Ding. Und, äh, Totenkopfzeichen. Da muss man schlecht einlaufen noch. Hier lang, hier lang. Eliminieren. Nein, da komme ich gar nicht durch, hier. Scheiße. Guck mal da runter. Was ist denn lang? Er zeigte mir wieder nach oben. Ja, will der mich verarschen? Oh, ja. Wir brauchen einen Schwarm. Wir brauchen einen Schwarm. Er ist die Schwarm. Wir haben den Schwarm. Wir haben den Schwarm. Wir lassen uns zu spät. Wir lassen uns zu spät. Wir lassen uns zu spät. Wir müssen da, wo ich hingelaufen bin. Die Treppe hoch. Sobald wir die Leuchtlichtsohle haben, müssen wir hochrennen. Ja, ich bin irgendwie ein Aufzug runtergeflogen. Dann bin ich nicht mehr hochgekommen. Nein, nicht da hin. Die rote Treppe hoch. Nein, nein. Thomas war ja da. Aber ist es. Muss man von alles frisch oder? Gute Frage. Gute Frage. Machalla. Gute Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du da? Wer ist denn da? Da, da. Alles für Deutschland. Was existiert noch? Oh, ich muss pissen. Das ist komplett. Was ist das? Hm. Hm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das?